Die Pferdestärke ist eine in Deutschland noch häufig anzutreffende, veraltete Einheit der Leistung. Als Einheitenzeichen wird PS verwendet. Die Bezeichnung Pferdestärke geht auf James Ward zurück, der damit eine anschauliche Maßeinheit für die Leistung von Dampfmaschinen erreichen wollte. Die Einheit Pferdestärke sollte angeben, wie viele Pferde eine Maschine ersetzen kann. Anstelle der Pferdestärke ist seit dem 1. Januar 1978 in der Bundesrepublik Deutschland die SI-Einheit Watt im geschäftlichen und amtlichen Verkehr zu verwenden. In der Deutschen Demokratischen Republik war das Watt bereits 1970 als Ersatz für PS eingeführt worden. Verwendung Obwohl die Pferdestärke in Deutschland seit 1978 keine gesetzliche Einheit im Messwesen mehr ist, wird sie vor allem bei Verbrennungskraftmaschinen, speziell bei Kraftfahrzeugen immer noch verwendet. Bis 2009 durfte in der Werbung PS nur zusätzlich zu Kilowatt angegeben werden. Seit der Änderung der Richtlinie 80181.EWG, die am 1. Januar 2010 in Kraft getreten ist, ist die alleinige Aufführung von PS und allen anderen Nicht-SI-Einheiten in der gesamten EU im geschäftlichen und amtlichen Verkehr nicht mehr zulässig. Die SI-Einheit muss hier hervorgehoben werden. Im deutschen Recht wurde diese Vorgabe in drei der Einheitenverordnung umgesetzt. Umrechnung PSKW Für die übliche Umrechnung gilt 1 kW ist gleich 1,36 PS 1 PS ist gleich 0,735 kW. Für die Überschlagsrechnung gilt 1 kW ist gleich 4 Drittel PS 1 PS ist gleich 3 Viertel eines kW. Geschichtliche Entwicklung Historisch gesehen wurde als Pferdestärke die durchschnittliche nutzbare Dauleistung eines Arbeitspferdes verstanden. Etwa beim Antrieb einer Mühle. Im Zuge der Einführung der Dampfmaschinen hat es sich als vorteilhaft erwiesen, eine mit dem Pferdeantrieb vergleichbare Leistungseinheit einzuführen, damit die neuen Antriebe entsprechend ausgelegt werden konnten. In der Literatur finden sich unterschiedliche Angaben darüber, was James Ward als Bezug für seine Einheit wählte. Weit verbreitet ist die Angabe, dass er die Leistung eines gruben Pferdes als Bezugsgröße wählte, da er seine Dampfkraftmaschinen an Bergwerksbetreiber vermieten wollte. Aus der Annahme, dass ein starkes Pferd doppelt so stark sei wie ein gruben Pony, schlussfolgerte er, dass ein starkes Pferd 550 Pfund über eine Strecke von einem Fuß in einer Sekunde ziehe, beziehungsweise 33.000 foot pound. Eine andere Version der Geschichte besagt, dass er die Pferde, die über Tage über Seile und Umlenkrollen Kohlesäcke aus den Gruben ziehen, als Grundlage heranzog. Ein Pferd würde im Schnitt in seiner 10-stündigen Schicht Kohlesäcke zu 330 Pfund mit einer Geschwindigkeit von 100 Fuß heben, was ebenfalls 33.000 foot pounds entspricht. Andere Quellen gehen davon aus, dass Ward seine Einheit anhand eines typischen Pferdegöppels ermittelte. Bei einem Durchmesser von 24 Fuß ziehe das Pferd 180 Pfund und schaffe 144 Umläufe oder ungefähr 2,4. Das Pferd lief somit mit einer Geschwindigkeit von 181 Fuß. Ward multiplizierte diese Strecke mit den 180 Pfund Kraft und kam auf 32.580 Fuß mal LBS. Das wurde auf 33.000 Fuß mal LBS aufgerundet. Die Leistung eines Pferdes kann je nach Rasse, Trainingszustand oder augenblicklicher Anstrengung erheblich abweichen. Ein Pferd kann etwa beim Galopp oder beim Springreiten kurzfristig über 20 PS leisten, während es im Tagesdurchschnitt etwa 1 PS leistet. 1 PS ist in den 66.036 definiert als die Leistung, die erbracht werden muss. Um einen Körper der Masse M ist gleich 75 Kilogramm entgegen dem schwere Feld der Erde mit einer Geschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde zu bewegen. Ähnlich lautet bereits die Definition von James Watt. 1 PS ist gleich 75 KPM ist gleich 735,49875 W umgerechnet entspricht das etwa der Leistung, die ein Zugpferd aufwenden muss. Um mit Schrittgeschwindigkeit einen Karren mit der Masse von 500 Kilogramm eine 10%ige Steigung hochzuziehen. Bei einem leichten Zugpferd von etwa 750 Kilogramm Masse kommen noch 1,5 PS dazu, die das Pferd für die Bewegung der eigenen Masse aufbringen muss. Zum Vergleich wird die Dauerleistung eines Erwachsenen durchschnittlich großen Menschen mit 0,14 PS angegeben. Wobei auch hier bei entsprechendem Training durchaus über eine Stunde 440 Watt und 6 Sekunden lang 910 Watt möglich sind. Deutsche PS Mit dem Reichsstempelgesetz vom 7. Juni 1906 wurde in 53 festgelegt, dass Kraftfahrzeuge zum Befahren öffentlicher Wege und Plätze nur in Gebrauch genommen werden dürfen, wenn zuvor bei der zuständigen Behörde gegen Zahlung des Abgabebetrags eine Erlaubniskarte der im Tarife bezeichneten Art gelöst worden ist. Der zu entrichtende jährliche Abgabebetrag von 25 Mark bis 150 Mark richtete sich in Deutschland nach der Motorstärke, für die der Hubraum in ein verstehendes Verhältnis zur Leistung gebracht wurde. Im Straßenverkehrsgesetz vom 3. Mai 1909 wurde in 7 die Gefährdungshaftung für den Betrieb von Kraftfahrzeugen aufgenommen. Für die Inbetriebnahme des Kraftfahrzeugs bestand nun auch eine Versicherungspflicht, die durch ein Kennzeichen und das Mitführen der Erlaubniskarte nachgewiesen wurde. Dem technischen Fortschritt folgend, klauften bei moderneren Konstruktionen die errechnete und die technisch wirksame Leistung bald weit auseinander. In der Fahrzeugwerbung wurden dann Doppelangaben üblich. So wurde der Mercedes 28 60 PS mit 7.240 Kubikzentimeter Hubraum mit 28 Hubraum und 60 Leistungs-PS angeboten. Beispiele der Hubraum-PS für Motorräder und PKW in Deutschland von 1906 bis 1922, der britische Royal Automobile Club sowie die amerikanische Association of Licensed Automobile Manufacturers und deren Nachfolgeorganisation, Die National Automobile Chamber of Commerce nahmen die Fläche des Kolbenbodens zur Berechnung. Der englische Motorenbau wurde insbesondere durch die Hervorhebung der Kolbenfläche für die angenommene Leistung maßgeblich beeinflusst. Motoren mit möglichst großem Hub und kleiner Bohrung waren geringer besteuert und damit bis in die 1930er Jahre bevorzugt. Das Kraftfahrzeugsteuergesetz vom 8. April 1922 legte für die Benutzung von Kraftfahrzeugen eine Steuerformel fest, die vom 1. Juli 1922 bis zum 31. März 1928 Gültigkeit hatte. In drei wurde die Höhe der Steuer festgestellt, beispielsweise für Motorräder bis 10 Reichsmark. Über 4 PS waren 35 Reichsmark zu entrichten. Für Personen Kraftwagen waren, je nach Steuer PS zwischen 20 und 80 Reichsmark zu entrichten. Die Steuer für Lastkraftwagen und Kraftomnibusse wurde nach deren Eigengewicht berechnet, beispielsweise für LKW über 4000 kg 100, für Omnibusse über 4000 kg 200. Der Steuertarif wurde am 4. Januar 1924 neu festgelegt. Für hubraumstarke PKW wurde die Steuer nun deutlich angehoben, so für beispielsweise für 20 Steuer PS 1000 und für 40 Steuer PS 2600. Für ausländische Kraftfahrzeuge wurde die Steuer PS nach dem Aufbau und der Anzahl der Sitzplätze berechnet. Mit Wirkung vom 1. April 1928 wurde im Deutschen Reich für Krafträder und Kraftwagen nur der Hubraumgrundlage der Besteuerung. Je 100 Kubikzentimeter Hubraum wurden für PKW 12 und für Motorräder 8 berechnet. Motorräder bis 200 Kubikzentimeter Hubraum waren nun von der Steuer befreit. Die Leistung von Kraftfahrzeugmotoren wurde gemäß DIN 70.020 am Schwungrad gemessen und in PS angegeben. Nach DIN 70.020 Kraftfahrzeugbau allgemeine Begriffe, Festlegung und Erläuterung vom August 1954 wurde die Nutzleistung an der Kupplung des in allen Teilen einschließlich der Ansaug- und Auspuffanlage reinmäßigen Motors unter normalen Betriebsbedingungen gemessen und in PS angegeben. Als Dauerleistung wurde die größte Nutzleistung angegeben, die der Motor ohne Überschreitung der zulässigen Wärmebeanspruchung dauernd abgeben kann. Als Kurzleistung diejenige, die der Motor mindestens 15 Minuten lang abgeben kann, danach muss er bei Dauerleistung einwandfrei weiter arbeiten können. Zu den normalen Betriebsbedingungen gehören reinmäßige Einstellungen und handelsüblicher Kraftstoff, Lüfter, Wasserpumpe, Kühlluftgebläse, Kraftstoffpumpe, Einspritzpumpe und die unbelastete Lichtmaschine müssen bei der Prüfung vom Motor angetrieben werden. Die gemessene Leistung wird auf 760 Tor und 20 Grad Celsius umgerechnet, die Luftfeuchtigkeit wird nicht berücksichtigt. Bei Nachprüfungen ist eine Abweichung von plus oder minus 5 Prozent zulässig. Nutzleistungen sind stets in Verbindung mit der zugehörigen Drehzahl in 1 anzugeben. Im Februar 1957 wurde diese Norm aufgeteilt, die Festlegungen zu Leistungen. Geschwindigkeiten und Beschleunigung kamen in den Teil 3. Die Messbedingungen der Nutzleistung blieben unverändert. Die Dauerleistung wurde in größte Nutzleistung umbenannt und muss im thermischen Beharrungszustand erreicht werden. Die Kurzleistung ist weggefallen. Im Dezember 1973 wurde der Abschnitt Leistungen von DIN 70.020-3 durch die Vornorm DIN 70.020-4 Ausgabe Juni 1972 ersetzt. Die als Bezugszustand 25 Grad Celsius und 1000 Millibar statt 20 Grad Celsius und 1013 Millibar ist gleich 760 Tor vorsieht. Diese neuen Bezugsbedingungen ergaben eine Verminderung der Nennleistung um 2 bis 4 Prozent. Um diesen Wettbewerbsnachteil und Nachteile bei der Einhaltung einer N35 der STVZO geforderten Mindestmotorleistung zu vermeiden, kehrte das DIN im November 1976 mit Ausgabe der Norm DIN 70.020-6 Kraftfahrzeugbauleistungen zu den alten Bezugswerten zurück. Empfohlen wurden darin die Einheiten KW oder PS für die Nutzleistung und MIN-1 für Drehzahlen. Diese Norm wurde im April 1997 zwecks internationaler Angleichung durch die DIN ISO 1585 Straßenfahrzeuge Verfahren zur Ermittlung der Nettoleistung von Motoren ersetzt. Internationale Varianten Die Leistungsangaben, speziell bei Fahrzeugmotoren, sind international nicht immer vergleichbar, da unterschiedliche Messverfahren vorgenommen wurden. So wurde in Deutschland die Leistung angegeben, die der Motor im eingebauten Zustand an das Getriebe abgab. In Italien wurde die Kuna PS verwendet, die damit um 5 bis 10 Prozent höher lag als die DIN-Leistung. In den Vereinigten Staaten wurde beispielsweise die Einheit SAEPS verwendet. Nach dieser Norm wurde die Leistung des Motors ohne den Betrieb von Lüfter, Wasserpumpe, Lichtmaschine, Luftfilter und Schalldämpfer geprüft. Der Unterschied lässt sich nicht exakt angeben, jedoch wird von einer Leistung zwischen 10 und 25 Prozent über den DIN PS ausgegangen. ECR 24 ist eine weitere Norm, die der DIN 70.020 sehr nahe kommt. Die Messungen gelten jedoch nur für Dieselmotoren und variieren durch den Anschluss des Kühlerlüfters. Englische HP Die englische bzw. britische Pferdestärke hat das Einheitenzeichen HP oder auch BHP. Sie basiert auf den englischen Einheiten Pfundkraft und Fuß und wird in den Vereinigten Staaten auch in Industrieanlagen verwendet. Sie wird definiert. Die französische Maßeinheit Cheval-Vapeur entspricht im metrischen System genau der deutschen Pferdestärke. Die Einheit CH wird allerdings häufig mit der in Frankreich und Belgien verwendeten Kennzahl Cheval-Fiskel verwechselt, die nicht die Motorleistung angibt, sondern zur Festlegung der Kraftfahrzeugsteuer dient nach einer Formel, die in ihrer aktuellen Fassung Motorleistung und CO2-Emission berücksichtigt. Der Begriff Cheval-Vapeur bezeichnet im Französischen außerdem auch Maßeinheiten für Elektrizität und für Heizleistung. Die italienische CUNA-PS wurde vor der Einführung von KW in Italien verwendet und basiert auf KG und M. Bei Ermittlung von Motorleistung nach der CUNA-Norm wird die Leistung des Motors ohne Luftfilter und Schalldämpfer angegeben. Nominal Horsepower Die Nominal Horsepower war eine ehemalige Berechnungsformel aus dem frühen 19. Jahrhundert zur Bestimmung der Leistung von Dampfmaschinen in PS. Grundlage der verschiedenen Berechnungsformeln war der Durchmesser der Arbeitszylinder und die mittlere Kolbengeschwindigkeit. N-H-P ist gleich 7-B-O-H-R-U-N-G-M-I-T-T-L-I-R-E-K-O-L-B-E-N-G-E-S-C-H-W-I-N-D-I-G-K-E-I-T-33.000-Display-Style-Text N-H-P ist gleich Frag-Text 7-C-D-O-T-Bohrung-C-D-Mittler-Eck-Kolbengeschwindigkeit-Text 33.000-Führer-Dampfer wurde eine Kolbengeschwindigkeit von 129.7 x 1 3,35 angenommen. Damit die nominalen Pferde starken der tatsächlichen Leistung entsprechen, war es nötig. Für den mittleren Zylinder Dampfdruck 48 kPa und die mittlere Kolbengeschwindigkeit zwischen 54 und zu veranschlagen. Bis 1972 wurden SAE-Ghp nach den Standards J245 und J1995 der Society of Automotive Engineers angegeben. Die auf dem Motorenprüfstand ohne den Betrieb von Lüfter, Wasserpumpe, Lichtmaschine, Luftfilter und Schalldämpfer gemessen wurden. Aufgrund dieser Praxiswannenmethode, die mit bis zu 25% über den europäischen PS-Werten lag, konnte durch die reinen Zahlenwerte die Motorleistung überhöht dargestellt werden. Seit 1972 gelten in den USA die SAE Net Horsepower nach den Richtlinien SAE J1349 und SAE J2723, die eine Ähnlichkeit mit den DIN-PS aufweisen. Die Zahlenwerte der SAE groß sanken dabei deutlich, beispielsweise beim Kreisler 426 Hemi von 1971 von 425 Pferdestarken groß auf 350 Pferdestarken net. In der SAE J2723 ist die Methode beschrieben, wie die Leistung des Verbrennungsmotors ermittelt werden soll und wie die Nebenaggregate bzw. welche Nebenaggregate betrieben werden müssen. Die SAE J1349 gibt die Berechnungsgleichungen vor, wie die am Prüfstand ermittelte Motorleistung auf eine nach SAE standardisierte Bezugsbedingung umgerechnet werden muss. Die Bezugszustände der europäischen Richtlinie und der SAE-Richtlinie unterscheiden sich nicht. Der SAE-Korrekturfaktor beinhaltet allerdings einen Wirkungsgrad-Korrekturwert, sodass sich geringfügige Unterschiede der Leistungswerte ergeben. Verwandte Einheiten SHP und TSHP SHP oder SHP steht für Englisch Chef Horsepower oder PSE. Damit wird die Leistung an der Ausgangswelle einer Kraftmaschine beschrieben. Diese Einheit findet vor allem in der Luft- und Seefahrtanwendung. ESHP steht für Englisch Equivalent Chef Horsepower. Hier wird bei Turbopop-Triebwerken der Restschub quantifiziert und zur eigentlichen Wellenleistung addiert. PSE wird gelegentlich jedoch nicht die Norm gerecht benutzt, um bei einem Größenwert darauf hinzuweisen, dass als Leistung eine indizierte Leistung eines Verdichters oder einer Kolbenmaschine, vor allem Dampfmaschine oder Dampflokomotive, angegeben ist. PSW oder WPS PSW oder WPS wird gelegentlich jedoch nicht die Norm gerecht benutzt, um bei einem Größenwert darauf hinzuweisen, dass als Leistung eine Wellenleistung, speziell bei Turbinen, gemeint ist. PSW oder WPS wird gelegentlich jedoch nicht die Norm gerecht benutzt, um bei einem Größenwert darauf hinzuweisen, dass als Leistung die am Ende der Welle gemessene effektive Leistung eines Motors gemeint ist. Siehe auch